Das ist die neue Verpackung von Motorservice. Schön, oder? Schön und schön sicher. Das ärgert ihn hier, den Produktpiraten. Aber was ihn besonders ärgert, sind die, die sechs Sicherheitsmerkmale. Nummer eins, die Farbe. Sattdunkelblau. So. Nummer zwei, die Logos sehen so aus. Kolbenschmidt, Pierburg, THW Engine Components. Pro Marke eine Verpackung. Nummer drei, das Etikett. Sieht so aus. Dehnt auch als Verschlusssiegel. Bei größeren Verpackungen gibt es das Security Seal als Verschlusssiegel. Alle beide müssen immer unbeschädigt sein. Interessant wird es beim Etikett aber hier und hier. Was da nämlich so schimmert, ist der Holospot. Sieht so aus. Und man kann vier Ziffern in ihm lesen. Dieselben vier Ziffern müssen sich hier im Etikett wiederfinden. Zweite Zeile, letzte vier Ziffern. Wenn ja, haben Sie das vierte Sicherheitsmerkmal erkannt. Sollten Sie trotzdem noch Zweifel haben. Diese Jungs sind ja wirklich überall. Keine Sorge, hier das Sicherheitsmerkmal Nummer fünf. Dafür braucht es das hier, die Speziallupe. Damit schauen wir uns den Holospot mal genau an. Was sehen wir da? Das hier, den Motorservice Sicherheitscode. Und zum Schluss das sechste Sicherheitsmerkmal. Dafür braucht es den 2D-Matrix-Code in Echtschrift. Kennen wir schon, hier, gleich neben dem gepixelten Viereck. Damit machen Sie folgendes. Motorservice-Seite im Internet aufrufen, auf den Button mit den drei Verpackungen klicken und dann den Matrix-Code hier eingeben. Prüfen und eine Ampel zeigt dann, was Sache ist. Rot heißt Fake. Gelb und grün heißen Okay. Das war's. Was meint ihr dazu? Und sie? Genau, wir auch. No Fakes. Only Real Stuff.